Einwurf für die Dortmunder. Zehn Meter noch in der eigenen Hälfte. Der BVB ja mit dem absoluten Kracher. Seit zehn Jahren bietet Eintracht Frankfurt einen ganz besonderen Service an. Ausgebildete Reporter kommentieren alle Heimpartien der SGE exklusiv für blinde und sehbehinderte Menschen. Beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund begleiteten wir die Reporter bei der Audiodeskription. Es ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Verrücktes hier zu kommentieren, weil man einfach so in dem Spiel drin ist, weil man jede Situation, jede Minute schildern muss, was passiert, da die Blinden es ja nicht sehen. Also wir müssen es ja sehbar machen für sie. Das heißt, man muss sehr genau verorten. Und es ist schon so, dass man dann nach dem Spiel gar nicht so genau weiß, was unbedingt immer passiert ist, weil man so in diesem Tunnel war. Und insofern ist es auch etwas, was einen durchaus warm werden lässt hier. Eigentlich ist jedes Spiel ein Highlight, wenn die Eintracht ein Tor schießt und gewinnt, weil man einfach sieht, wie unsere Hörer reagieren. Das ist einfach unbeschreiblich und unbezahlbar. Das ist einfach unbeschreiblich und unbezahlbar.